Fitzgerald, am 23. November führt das Denknetz eine Tagung mit dem Titel «Die Linke und die Freiheit» in Basel durch. Kommen werden Ruth Dellenbach, Bernhard Degen, Caroline Arni, Urs Marti, Katrin Mayer, Beat Trinker und auch Georg Kreis. Warum veranstalten wir diese Tagung? Ja, die Tagung, Simon, ist erstens ein Gedenkanlass. Im Herbst vor 150 Jahren fand in Basel im Café «National», das ist heute das Café Spitz, der vierte Kongress der ersten Internationale, der Internationalen Arbeiterassoziation, statt. Die erste Internationale war der erste transnational organisierte Zusammenschluss von Arbeitern und linken Intellektuellen, von Menschen, die sich für eine sozialistische Gesellschaft einsetzen. Das hiess damals «Für eine Gesellschaft freier Menschen, frei von Unterdrückung und frei von Ausbeutung». Aber es ist weit mehr als ein Gedenkanlass. Das Tagungsthema bezieht sich auf das Verhältnis der Linken zur Freiheit. Das war damals vor 150 Jahren ein Hauptstreitpunkt zwischen Karl Marx und Michael Bakunin. Wann wurde die erste Internationale gegründet? Was zeichnete sie aus? Die erste Internationale wurde 1864 in London gegründet. Marx hatte die inaugural Adresse geschrieben. Der Einfluss von Marx und Engels war damals jedoch beschränkt. Die Linke war eine ausserordentlich heterogene Ansammlung von fast ausschliesslich männlichen Sozialisten. Es gab die französischen Anhänger von Charles Fourier und Pierre-Joseph Proudhon. Es gab die englischen Chartisten, die teilweise von Robert Owen beeinflusst waren. Es gab Anarchisten wie Bakunin und die anarchistischen Uhrenmacher im Neuenburger und Berner Jura. Da waren die deutschen Anhänger von Ferdinand Lassalle und viele andere. Und natürlich gab es die Anhänger von Marx und Engels. Kannst du mir sagen, worin sich diese Fraktionen unterschieden haben? Ja, die einen Bakunin zum Beispiel konnten sich nur eine gewaltsame Revolution vorstellen. Andere, wie Fourier und Proudhon, lehnten Gewalt radikal ab. Die einen, die Schweizer Sozialisten Karl Bürkli und Hermann Gräulich zum Beispiel, traten für die politische Partizipation ein. Andere, die Anarchisten zum Beispiel, lehnten diese radikal ab. Die einen sahen Streiks als sinnvolles Mittel im politischen und sozialen Kampf an. Andere waren dagegen. Die einen traten für die Gesellschaftung der Produktionsmittel ein. Andere sprachen sich dagegen aus. Solche Fragen wurden sehr kontrovers diskutiert. Wie waren denn die Kräfteverhältnisse zwischen den verschiedenen Fraktionen? Ja, bis und mit dem Basler Kongress waren Marx, Engels und ihre Anhänger, jeweils eher in der Minderheit. Vor dem Basler Kongress, an den Kongressen in Genf, in Lausanne und in Brüssel, dominierten die Anhänger der französischen Sozialisten Fourier und vor allem von Proudhon. In Basel waren die Anhänger von Bakunin eher in der Überzahl. Ja, Frauen spielten in der Geschichte des Sozialismus bis dahin kaum eine Rolle. Oder man müsste auch das anders formulieren. Sie wurden nicht wirklich wahrgenommen. An den Basler Kongress zum Beispiel hatte man keine einzige Frau delegiert. Die Frage der Emanzipation war innerhalb der Linken lange ein Nebenthema. Eine Ausnahme bildete der französische Frühsozialist Charles Fourier, der sich früh für die Gleichberechtigung der Frau eingesetzt hatte. Wir machen eine Tagung zu diesem Basler Kongress. Was macht ihn denn so besonders? Ich denke, es sind verschiedene Gründe. Der Basler Kongress war der am besten Besuchte der bisherigen Kongresse. Er war der internationalste der bisherigen Kongresse. Und vor allem die Internationale war 1869 auf der Höhe der internationalen Bekanntheit. Sie wurde ernst genommen und sie wurde auch gefürchtet. Wobei ihre Macht zugleich auch überschätzt wurde. Marx, der an allen Kongressen bis dahin persönlich nicht teilgenommen hatte, aus dem Hintergrund jedoch sehr wohl mitgewirkt hatte, befand sich nach dem Kongress mit seiner Tochter Jenny zusammen auf einer Erholungsreise in Deutschland und stellte mit Befriedigung fest, dass der, Zitat, schreckliche Basler Kongress überall ein Gesprächsthema gewesen war. Wie ging es denn nach dem schrecklichen Basler Kongress mit der ersten Internationale weiter? Ja, immer mehr zerstritt sich die Linke nach dem Basler Kongress, auch im Zusammenhang mit dem deutsch-französischen Krieg und der Pariser Commune von 1871. Auf dem nächsten offiziellen Kongress in Den Haag 1872 wurde Bakunin aus der Internationale ausgeschlossen. Im gleichen Jahr wurde dann in Saint-Imier die Anti-Autoritäre Internationale gegründet. Es war faktisch das Ende der ersten Internationale, auch wenn beide Organisationen, die sich feindlich gegenüberstanden, noch ein paar Jahre weiter Bestand hatten. Worauf setzte denn die erste Internationale den politischen Schwerpunkt? Ja, während die ersten drei Kongresse in Genf, Lausanne und Brüssel von der Kontroverse zwischen Marx und den französischen Sozialisten geprägt gewesen waren, stand beim Basler Kongress die Kontroverse zwischen Marx und Bakunin im Zentrum. Und da ging es nicht zuletzt um Freiheit. Bakunin warf Marx vor, er selbst sei autoritär und auch sein Sozialismus sei ein autoritärer. Bakunin plädierte dafür, dass man jegliche Autorität zugunsten der Herrschaftslosigkeit, also der Anarchie, zerschlagen müsse. Marx gemäss brauchte es aber eine Aufbaufase auf dem Weg zu einer Gesellschaft freier Menschen. Er war für eine gute, starke, organisierte Arbeiterpartei. Am Kongress selbst ging es nicht direkt um solche prinzipiellen Fragen. Heftig debattiert wurde zum Beispiel Bakunins Antrag, das Erbschaftsrecht abzuschaffen. Marx war der Meinung, man müsse die Ursachen, die ökonomische Organisation der Gesellschaft, zuerst bekämpfen und nicht bei den Folgen beginnen. Oder es ging um die Frage, ob der Generalrat in London, das ist das Zentralsekretariat, grössere Kompetenzen bekommen solle oder nicht. Aber im Hintergrund ging es sehr wohl um die Freiheit, um unterschiedliche linke Vorstellungen von Freiheit. Okay, das ist also der historische Hintergrund des Kongresses. Aber warum ist es heute wichtig, dass sich die Linke mit Freiheit befasst? Ich denke, es sind verschiedene Gründe. Erstens, die Freiheit ist heute von verschiedener Seite bedroht. Geht es um Sicherheit oder geht es auch um Profit? Entscheidet sich oder entscheiden wir uns, so scheint wir mehrheitlich, gegen die Freiheit und für die Sicherheit oder für den Profit. Nicht nur die drohende Klimakatastrophe ist eine existenzielle Bedrohung und nicht nur, auch wenn dies heute weniger wahrgenommen wird, die ebenfalls existenzielle Bedrohung durch einen atomaren Weltkrieg oder eine möglicherweise katastrophale Wirtschaftskrise. Heute droht auch der Verlust der Freiheit durch einen totalitären Überwachungsstaat, wie er in China eingerichtet wird. Aber ich denke, auch bei uns sind Bestrebungen im Gang, die Freiheit zugunsten einer umfassenden Sicherheit aufzugeben. Durch flächendeckend angewandte Gesichtserkennung, Stimmerkennung, Bewegungserkennung, Gefühlserkennung. Stichworte sind Safe City oder Smart City. Mit anderen Worten, das Bestreben durch totale Überwachung der Utopie einer totalen Sicherheit näher zu kommen, die ist auch bei uns erkennbar. Und dazu kommt die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die mit dem Versprechen antritt, Verantwortung für eigene Entscheidungen an Algorithmen abgeben zu können. Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe ist, eigentlich ist doch Freiheit, der Name sagt es, ein liberales Thema. Warum soll Freiheit auch ein linkes Thema sein? Nein, Simon, Freiheit ist nicht ein liberales Thema, es ist ein sehr linkes Thema. Ich denke, letztendlich geht es in die Idee des Sozialismus grundsätzlich um die individuelle Freiheit. Eine Freiheit, die zugleich immer im Verhältnis zu Solidarität zu sehen ist. Ich denke aber, die Linke hat allerdings, wenn es um das Verhältnis von Freiheit, Gleichheit und Mitmenschlichkeit geht, immer wieder auch der Gleichheit den Vorzug gegeben. Auf Kosten der Freiheit und damit manchmal auch auf Kosten der Mitmenschlichkeit und, müsste man ergänzen, auch auf Kosten der Menschen- und Bürgerrechte und der Demokratie. Allzu oft verkörperte der reale Sozialismus Unfreiheit, Unterdrückung und gar Massenmord. Und allzu lange haben sich auch Teile der demokratischen Linken anerkennend, allzu anerkennend zu einem Sozialismus bekannt, der die Freiheit auf Kosten der Gleichheit missachtete. Bei unserer Tagung im November wollen wir an den Gedenken an den Freiheitsdiskurs von vor 150 Jahren über Freiheit im Allgemeinen und das Verhältnis der Linken zur Freiheit im Besonderen nachdenken. Wir wollen uns dem Verständnis der Freiheit von einer linken Seite annähern. Wir wollen darüber nachdenken, worin sich die linke Freiheit von liberalen Freiheitskonzept unterscheidet oder auch, was eine feministische Theorie dazu zu sagen hat. Gut, was jetzt vielleicht noch interessant wäre, wie ist die Tagung aufgebaut? Ich habe ja die Namen schon erwähnt, die kommen werden, dann aber sag doch vielleicht noch zwei Worte dazu, über was referiert wird. Die Tagung, die von Ruth Dellenbach, der Präsidentin des Denknetzes, moderiert wird, hat erstens einen historischen Schwerpunkt. Bernhard Degen, Historiker an der Uni Basel, wird den geschichtlichen und politischen Kontext skizzieren, in dem der Kongress damals stattgefunden hat. Karlin Arni, Professorin für Geschichte an der Uni Basel, behandelt in ihrem Refrat die damals marginalisierte Frage der Emanzipation der Frauen im 19. Jahrhundert. Mit ihrem Vortrag leitet sie zum Tagungsthema, das heisst zur Freiheitsfrage, über. Urs Marti, emeritierter Professor für politische Philosophie an der Uni Zürich, wird das Freiheitskonzept von Marx, dessen Idee der Selbstermächtigung, dem liberalen Freiheitskonzept gegenüberstellen. Und Katrin Mayer, Privatdozentin an der Uni Basel, Oberassistentin an der Uni Zürich und Genderforscherin, wird die Idee der Freiheit aus einer feministischen Perspektive diskutieren. Sie wird einen Gesichtspunkt hereinbringen, der damals weitgehend unbekannt war. Wie sieht die Zukunft aus? Bert Rinker, Geschäftsführer des Denknetz, diskutiert diese Frage unter dem provokativen Titel «Das 21. Jahrhundert ohne Linke?» Braucht es nicht radikale politische Konzepte der Linken, wenn sie im 21. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielen will? Und muss die Freiheit des Menschen, seine und ihre Selbstermächtigung nicht immer grundlegend mitgedacht werden, wenn wir die Idee des Sozialismus, wie sie Axel Honneth zum Beispiel formuliert hat, nicht verraten wollen? Wir haben schliesslich Georg Kreis, Historiker und emeritierter Professor an der Uni Basel, als kritisch-liberalen Chronisten und Begleiter der Tagung gewinnen können. In einem Schlussgespräch wird er zuerst Stellung nehmen, wo er auf die Tagung mit einem Dialog mit den Referentinnen, Referenten und dem Publikum endet. Was versprichst du dir von der Tagung? Ja, ich verspreche mir von der Tagung, oder ich hoffe, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Referate und die Diskussion angeregt werden, selbst weiterzudenken und sich für die Sache der Freiheit einzusetzen.